Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch zwei Tarotkarten. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute ist ein Tag, an dem dein Kopf und dein Herz im Einklang sind. Deine Gedanken und Gefühle sind im Einklang, sodass du mit Zuversicht und Klarheit durch Situationen navigieren kannst. Vertraue auf dich und deine Fähigkeiten, denn du hast wahrscheinlich die perfekte Lösung für jede Herausforderung, die sich dir stellt. Deine scharfe Wahrnehmung der Umstände mag andere überraschen, aber sei auf alle Reaktionen vorbereitet, die auftreten können. Es ist wichtig zu wissen, dass zu viel Aktivität deinen Körper belasten kann. Achte besonders darauf, dass du Entspannung und Auszeiten bevorzugst. Wenn du morgens Sport treibst, achte darauf, dass du dir genug Zeit zum Ausruhen nimmst und nachts ausreichend Schlaf bekommst. Vermeide es, dich zu sehr zu verausgaben, denn das kann dein Immunsystem gefährden. Trinke gerne Kräutertee, denn er fördert nicht nur die Entspannung, sondern gibt dir auch einen Grund, eine halbe Stunde still zu sitzen und eine Pause einzulegen. In deinem Berufsleben fühlst du dich vielleicht selbstbewusst und stark in Bezug auf deine beruflichen Aufgaben. Vielleicht stellst du aber fest, dass andere dir nicht ganz zuhören und deinen Zielen zu widerhandeln, sodass es für dich eine Herausforderung ist, deine Aufgaben zu erfüllen. Anstatt dich um die anderen zu sorgen, konzentriere dich darauf, bei dem zu bleiben, was du weißt, und weiterhin dein Bestes zu geben. Vertraue auf deine eigenen Fähigkeiten und lass deine Arbeit für sich selbst sprechen. Du könntest dich heute in einem Kampf zwischen deinem Kopf und deinem Herzen wiederfinden. Das Zusammenspiel der himmlischen Energien deutet darauf hin, dass dein rationaler Verstand dich zu einem bestimmten Weg oder Plan führt, während dein Herz dich in eine andere Richtung zieht. Es ist zwar wichtig, klar zu denken und die praktischen Aspekte der Verwirklichung deiner Ziele zu berücksichtigen, aber genauso wichtig ist es, auf dein Herz zu hören und darauf, was wirklich mit deinen Wünschen übereinstimmt. Finde ein Gleichgewicht zwischen Logik und Intuition, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinem authentischen Selbst in Einklang stehen. Außerdem deuten die himmlischen Energien darauf hin, dass du einen wichtigen Anruf erhalten wirst, der dein Leben tiefgreifend beeinflussen kann. Egal, ob es sich um einen engen Freund, einen Geschäftspartner oder jemanden handelt, von dem du schon lange nichts mehr gehört hast, dieses Gespräch kann dir Klarheit, Orientierung oder sogar eine lebensverändernde Chance bringen. Bereite dich darauf vor, indem du aufmerksam bist und nachdenkliche Fragen stellst. Das Universum ist bereit, dir wertvolle Einsichten und Unterstützung zu geben. Nimm die Gelegenheit wahr, dich zu verbinden und erlaube den verborgenen Schätzen in diesem Telefonat, sich zu entfalten. Sei im Laufe des Tages vorsichtig, wenn du anderen vertraust, besonders wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Die Opposition zwischen Wassermann-Mond und Venus deutet auf Wellen von Liebe und Emotionen hin, die dein Urteilsvermögen trüben können. Wähle mit Bedacht und sei wählerisch, wer dein Vertrauen verdient. Der Nebenaspekt zwischen der Sonne des Krebses und dem Nordknoten des Schicksals kann außerdem dazu führen, dass du dich von anderen ignoriert oder übersehen fühlst. Um mit diesen Energien umzugehen, solltest du Zusammenbrüche und unnötige Dramen vermeiden. Wenn du mit herausfordernden Situationen konfrontiert wirst, solltest du meditieren oder dir einen Moment Zeit nehmen und bis 10 zählen, bevor du reagierst. Diese Techniken können helfen, Stress abzubauen und eine ausgeglichenere Perspektive zu schaffen. Als Steinbock solltest du deine Gedanken und Gefühle in Einklang bringen und dir selbst vertrauen, während du durch den Tag gehst. Lege Wert auf Entspannung und Selbstfürsorge, vertraue auf deine Fähigkeiten und finde das Gleichgewicht zwischen deinem Kopf und deinem Herzen. Nimm das Potenzial eines wichtigen Telefonats wahr und gehe mit Unterscheidungsvermögen und Gelassenheit durch deine Beziehungen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die zwei Karten, die gezogen wurden, sind der König der Münzen und die Fünf der Schwerter. Der König der Münzen steht für Reichtum, Stabilität und die Beherrschung materieller Angelegenheiten. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Qualitäten einer weisen und wohlhabenden Führungspersönlichkeit verkörperst. Sie steht für eine Zeit der finanziellen Sicherheit, der Sachlichkeit und einer starken Verbindung mit der physischen Welt. Diese Karte ermutigt dich, deine materiellen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage deines Fachwissens und deiner Erfahrung zu treffen. Der König der Münzen erinnert dich daran, deinen Tag mit einer praktischen Denkweise anzugehen und deine Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um eine stabile und wohlhabende Grundlage zu schaffen. Neben dem König der Münzen haben wir die Fünf der Schwerter. Diese Karte steht für Konflikte, Herausforderungen und das Bedürfnis, dich zu schützen. Sie deutet darauf hin, dass du in deinen Interaktionen oder Lebensumständen auf Widerstand oder Meinungsverschiedenheiten stoßen könntest. Die Fünf der Schwerter erinnert dich daran, auf die Machtdynamik zu achten und dich durchzusetzen, wenn es nötig ist. Diese Karte fordert dich auf, deine Kämpfeweise zu wählen und unnötige Konflikte zu vermeiden. Sie erinnert dich daran, angesichts von Herausforderungen widerstandsfähig zu sein und dein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Die Fünf der Schwerter fordert dich auf, strategisch zu denken und in schwierigen Situationen deine Integrität zu wahren. Der König der Münzen und die Fünf der Schwerter bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der König der Münzen betont Stabilität und Meisterschaft, während die Fünf der Schwerter die Aufmerksamkeit auf mögliche Konflikte oder Herausforderungen lenkt. Mach dir heute die Energie des Münzkönigs zunutze, indem du dich auf praktische Dinge konzentrierst und in deinen materiellen Angelegenheiten für Stabilität sorgst. Setze deine Fähigkeiten und Ressourcen weise ein, um dir eine sichere Grundlage zu schaffen. Gehe mit Zuversicht, Autorität und der Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, in den Tag. Gleichzeitig solltest du dich vor Konflikten und Herausforderungen in Acht nehmen, die durch die Fünf der Schwerter dargestellt werden. Wähle deine Kämpfe weise und setze dich durch, wenn es nötig ist, aber sei dir auch bewusst, wie wichtig es ist, deine Integrität und dein Wohlbefinden zu wahren. Strategisches Denken und Widerstandsfähigkeit sind der Schlüssel, um schwierige Situationen zu meistern. Diese Deutung bedeutet einen Tag der Sachlichkeit, der Stabilität und der Bewältigung von Herausforderungen. Mach dir die Energie des Königs der Münzen zunutze, indem du dich um deine materiellen Angelegenheiten kümmerst und fundierte Entscheidungen triffst. Nutze die Stärke und Weisheit des Königs der Münzen, um mögliche Konflikte oder Herausforderungen zu meistern, und lass dich dabei vom strategischen Denken der Fünf der Schwerter leiten. Denke daran, deine Integrität zu wahren und dein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Versuche, ein Gleichgewicht zwischen Durchsetzungsvermögen und Diplomatie zu finden und nutze deine Fähigkeiten und Ressourcen, um alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Wenn du die Qualitäten des Königs der Münzen und der Fünf der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit Sachlichkeit, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, auch angesichts von Herausforderungen stabil zu bleiben, meistern. Vielen Dank fürs Zuschauen! Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!